Bleibt alles so fest gemeißelt bis Ende 2021 wie jetzt? Gibt es vielleicht die Überlegung, sich nicht an der einen anderen Stelle auch nochmal zu verstärken? Auch neue Aspekte einzubringen? Ich glaube, dass es am Ende notwendig sein wird und dass wir bis Mitte des Jahres, weil sonst wird es auch gar nicht mehr anders möglich sein, auch nochmal an der einen anderen Stelle durchaus neuen Schwung brauchen können oder uns auch verstärken können.